Ich glaube, dass das eine Besonderheit ist von der Firma, dass wenn man wirklich motiviert ist, wenn man etwas machen möchte, dass es selten irgendwelche Einschränkungen gibt. Das heißt, man hat hier wirklich die Möglichkeit sich zu entfalten. Die Entwicklungsmöglichkeiten bei Dr. Pharma sind sehr vielfältig, denke ich. Allein aufgrund der Größe des Unternehmens und der vielfältigen Arbeitsbereiche gibt es, glaube ich, für jede Qualifikation und für jede Ambition einen Weg. Also hier steht eigentlich jeder Weg offen. In der IT ist es so, dass es quasi drei Abstufungen gibt. Service Desk, Operations & Delivery und das Technology Solutions Team. Und je nachdem, wie gut man ist auf seinem Gebiet, kann man von Team zu Team aufsteigen. Während meines Turnierprogramms durfte ich fast alle Standorte besuchen. Also ich war zum Beispiel in Stockholm für sechs Wochen, danach war ich in Heidelberg für zwei Wochen. Es gibt aber auch ein Budget für externe Weiterbildungen, sodass man auch Seminare, Workshops und ähnliches extern besuchen kann. Es gibt eigentlich pro Person ein bis zwei wirklich personenbezogene Fortbildungen im Jahr, wo man sich ja dann je nach Entwicklungsplan zusammensetzt, was man machen möchte. Und das wird dann auch entsprechend umgesetzt. also